Hallo zusammen, hier ist wieder der Deutsche Land. Heute bin ich wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Toy, das wir über das MDI uns erspielen können. Aktuell ist leider das Toy nicht mehr verfügbar und zwar drakonisches Banner der Aspekte, das wollen wir uns heute angucken, aber vergleichbare Banner gibt es in jeder Season. Und wie das System funktioniert, dachte ich mal, will ich euch ein bisschen erklären und euch natürlich auch die Banner zeigen. Also, wie funktioniert das System prinzipiell? Es gibt ein Great Push oder auch MDI genannt und das ist ein Tournament von Blizzard. Man kann sich da anmelden, auch als Normalo-Spieler müsste es kein krasser Tournament-Spieler sein. Und ja, ihr braucht quasi 5 Leute, einen Tengen, Heiler und 4 DDs, die am besten schon ein bisschen in Plus-Erfahrung haben. Und mit denen, wenn ihr euch anmeldet, diesmal ist es auf der Radio-Seite gewesen, vorher auf einer anderen, die mittlerweile, glaube ich, keine Kooperation mehr mit Blizzard hat. Und ja, dann werdet ihr freigeschalten, kriegt Zugang zum Tournament-Server, da könnt ihr euch einen neuen Chart stellen, kriegt Zugang zu Händlern, die euch wirklich das absolute Max-Mythic-Gear quasi geben. Und dann müsst ihr, sobald diese Proving-Ground-Phase beginnt, zwei Keys spielen, die werden euch vorgegeben. Und normalerweise müsst ihr die halt immer höher pushen, um dann beim Tournament teilnehmen zu können. Der Part ist aber egal, ihr müsst diese Grund-Keys einfach nur einmal in Time abschließen. Und dann kriegt ihr quasi nach ein paar Monaten das Toy. Das zieht sich immer ein bisschen, das Ganze war jetzt hier im Juni mit der Proving-Ground-Phase. Und ich habe jetzt erst ein, zwei Monate später mein Toy gekriegt. Also das dauert immer ein wenig. Das gab es jetzt seit Shadowlands, eigentlich in jeder Season. Und wie gesagt, hier so als kleiner Reminder, wenn ihr vielleicht die nächsten Toys haben wollt, schaut dann mal auf eure Blizzard-Seite, beziehungsweise www.headpostet auch immer ein Update, wenn das nächste MDI beginnt. Und dann könnt ihr da einmal mitmachen. Das Blöde an der Geschichte ist, es muss halt immer vorzeitig gucken, dass man die Leute hat, anmeldet, dann dass alle an diesem Proving-Ground-Wochenende Zeit haben, um dann dementsprechend diese Keys zu spielen. Gut, soviel zum Vorgeplank. Jetzt schauen wir uns das Ding mal an. Und zwar haben wir hier einmal das Banner. Ihr seht, da sind auch vier so Symbolchen drin. Für die vierte Season. Und alle Leute, die außen rum stehen, wenn ihr das aufstellt, werden sie golden und jubeln einmal. Es gibt dann auch noch ein paar andere. Ich kann euch die mal zeigen. Wir haben jetzt hier zum Beispiel Season 3. Dann stellen wir uns jetzt hier noch Season 2 auf und Season 1. Okay, das war jetzt nicht so schön in der Reihe, aber ihr seht, wo der Hase hinläuft. Hier haben wir quasi 1 im Böhrchen, 2, 3 und 4. Und da sind auch dementsprechend die Farben ein bisschen unterschiedlich. Genau, das sind die Banner aus Dragonflight. Und auch schon in Shadowlands hat es das Ganze gegeben. Und da hießen die ein bisschen anders. Banner des Opportunen war das genau. Und die können wir jetzt auch gerne aufstellen. Dann haben wir es hier ein bisschen komplett. Also wir haben hier Season 3. Dann haben wir hier Season 4. Und da Season 2. Ich meine, in der ersten Season hat es das Ganze nicht gegeben. Selber Effekt. Und hier ist es so, dass, glaube ich, dieser Schlüssel verschieden viele Löcher hat. Hier hat er 2, da hat er 3. Ne, da hat er 3 und da hat er 4. Also das sind diese ganzen Banner. Und ich vermute mal, in The War Within wird das Ganze auch weitergehen. Und da könnt ihr euch dann auch jede Season quasi dieses Banner holen. Genau, das war es soweit mit dem kleinen Guide. Als kleine Randinformationen. Es gibt auch noch ein anderes Event. Das heißt Break the Meta. Bei einigen von diesen Bannern hat man die auch über das Break the Meta Event gekriegt. Das läuft aber auch über Raider.io, so wie ich das gesehen habe. Da muss man mit einer Klasse spielen, die nicht quasi eine Meta-Klasse ist. Das ist dann meistens immer ein bisschen später. Ich habe es jetzt immer über das MDI gemacht. Deswegen über das Break the Meta kann ich euch nicht so viel erzählen. Aber ja, theoretisch hat man da auch nochmal eine zweite Chance. Wenn man dementsprechend das MDI verpasst hat. Gut, das soll es dann gewesen sein mit dem kleinen Guide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila. Bis zum nächsten Mal. Ciao.